Ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, warum so kleine Nationen wie zum Beispiel die Isländer immer von unseren Jungs reden, wenn sie gewinnen, aber von der Nationalmannschaft, wenn sie verlieren. Napoleon sind dran. Das bezieht sich jetzt natürlich nur auf Hanna. Und dann gibt es halt die Leute, die zu ihrer Mannschaftssteine, egal woher der Wind auch werkt. Wir steigern Landstuhl in Blief und Strief. Eislander.